Thomas Müller, Serge Gnabry, De Gea, super Parade! Jose Caicon, was für eine Rettungstat gehalten! Werner, Müller, Müller! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Asensio. Der Torwart ist da, kechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen Platz. Und nun Khedira. Gündoar. Die Chance für Kuse. Tor für Deutschland! Rodrigo, jetzt vielleicht. Sie machen das Tor! Also am Ausgang dieses Spiels wird dieser Treffer wohl nicht mehr viel ändern. Wir sind heute fertig. Wir haben das letzte Mal ein Schiff. Dann können wir jetzt mal gut Aloisieren. Also schießen wir es wieder etwas Alexander. Dann haben wir es noch mal gewaltt. Das bringt nach wäre auch schon glaube ich. Und damit wir sehr gut hin und Kalorant enthalten. Aber der Katze wird nicht mehr so schnell, was sagt mir nur noch etwas kommen. Und die Zadern. Ich finde, dass wir gerade nicht mehr Kushe. Hier ist so schnell, dass wir damit also noch mehr어서 stärken. Und dann schauen wir mal gut es. Und dann gehen wir jetzt mit der Verhältnis. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020